Du bist der Kameramann. Okay. Cool. Super. Du musst ein bisschen üben, das erste Mal. Probieren wir mal. Ja. Du Paparazzi. Ja, so ist es hier. So, wenn du sie versprach. Wie geht's? Ja, gut. Ich bin halt schon zwei Stunden am Eis. Und dann bin ich so relativ müde, merke ich. Ja? Ja, ja. Sportlich. Ja. Aber die von nichts kommt nicht. Nein, aber die kleine, die ist von nichts auf da. So. Ja. Wir zwei? Ja. Wenn du die Kamera...